Salamba-Prapada-Kuntasana, die Musestellung mit Unterstützung oder die gestützte Musestellung. Ausgangsposition ist die Zehenspitzenstellung, Prapadasana. Von hier spreize die Knie auseinander und gib den Oberkörper zwischen die Knie und dann spreize die Arme zur Seite und habe die Fingerspitzen auf dem Boden. Und so bist du in Salamba-Prapada-Kunta-Sanakunta, heißt Ruhe, Muße und Faul. Und Salamba heißt unterstützt, also die gestützte Musestellung auf den Zehenspitzen. Man könnte sagen, es ist wie ein Vogel, der seine Flügel ausbreitet, auf dem Boden sich ausruht, bevor er anfängt zu fliegen. und so ist wie ein Vogel ausbreitet. Und so ist es als Vogel. Untertitelung des ZDF, 2020